Der AODM Frag mich was für Frag mich was für AODM Der AODM Frag mich was für Frag mich was für das album selber repräsentierter turn up party drogen mdma heroin und auf jeden fall mit party sind so ich jeden fall etwas sehr nice natürlich auch dinge die auch Nein, 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 sorry, sorry, ich habe jetzt wirklich gerade gesagt, du kannst es zu Leuten treffen im Ziel, wenn sie die Party mit sich zum Vortrag geben wollen, zu Drogen zu breiten. Sheesh. Sicher nicht. Oh, damn. Hassen Sie mich nicht an, das ist nämlich Homo. Shit. Ich mag mich, 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 ich mag mich. Ich mag mich, 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 ich mag mich es geht folgendermaßen okay freestyle okay es geht folgendermaßen es geht folgendermaßen es ist moneyboy bei joyce tv der boy der g sick wie leukämie und ich stecke jetzt mit aids diese hater an und bin am ballen ähnlich so wie ein laker man check das aus ich sipp den sip die coke mit dem gym beam getränk und das coke ist im wasser wie ein swim team du penner 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 penner jo es geht folgendermaßen Es geht folgendermaßen. 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 es geht folgendermaßen ok freestyle ok es geht folgendermaßen warte wie fing dieser freestyle noch an doch 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 ok es geht folgendermaßen es ist moneyboy bei joys tv der boi der g sick wie leukämie und ich stecke jetzt mit aids diese hater an und bin am ballen ähnlich so wie ein laker man check das aus ich sipp die coke mit dem gym bean getränk und das coke ist im wasser wie ein swim team du penner du penner Tschüss, du Penner. Der Breude G, du Penner. Yo, es geht folgendermaßen. Jo, es geht folgendermaßen 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 Bis zum nächsten Mal. Ich mag nicht was für Saft. So, aber das Album selber repräsentiert halt Turn-Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin, Kokain, halt. Turn-Up. Auf jeden Fall von den Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr nice ist. Was natürlich auch den allen Leuten, die sie sehen, zu empfehlen ist halt, wenn die auch upturnen wollen. Nein, 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 nein. Sorry, sorry. Ich hab jetzt wirklich gerade gesagt, sorry. Du kannst es den Leuten empfehlen, wenn sie Party mit sich zum Vortrag geben können. Die Drohung treiben? Sheesh. Sicher nicht. Oh, damn. Lassen Sie mich nicht an, das ist nämlich Homo. Shit. Yo, es geht folgendermaßen. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Es geht folgendermaßen.